Blau-Schwarz ist aktuell die beste Farbkombination, die wir in Legacy haben und dementsprechend schauen wir uns heute natürlich ein weiteres blau-schwarzes Deck an. Bevor wir starten, einmal kurzer Hinweis. Ich sehe ein bisschen fertig aus, mir geht es nicht so gut gerade, aber ich wollte euch unbedingt dieses Deck zeigen. Ich wollte es eigentlich auch am Samstag beim Fischkrieg spielen, bei unserer monatlichen Legacy-Liga. Habe es leider nicht hinbekommen. Dementsprechend habe ich gestern noch ein, zwei Runden Magic Online gespielt und habe dieses Deck getestet und kann euch dementsprechend ein bisschen was dazu sagen. Ihr wisst, lieber spiele ich die Karten in Paper und noch viel lieber vorher in einem Turnier, bevor ich das Deck-Tag zeige. Dennoch glaube ich, kann ich euch einiges zum Deck erzählen und dementsprechend schauen wir uns das mal an und gucken da mal rein. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an meine Patrons. Ihr habt bei diesem Deck extrem viel mitgeholfen, jeder einzelne von euch, die hier gerade eingeblendet sind. Und noch viel, viel mehr. Eingeblendet wird ja ab einem gewissen Tier. Ab drei Euro kann ich mich unterstützen, wenn man sich einfach nur supporten möchte im Monat. Für euch nicht viel Geld, für mich eine ganze Menge. Und ja, unter anderem konnte ich dieses Deck damit finanzieren, was ich sonst nicht hätte können und dementsprechend das Deck nicht hätte vorstellen können. Dementsprechend vielen Dank dafür. Gut, wir gucken uns das Deck an. Wir haben beginnend bei den Ländern, wie immer, eine Menge Fetch-Länder. Ich überlege gerade, wie ich die präsentiere. Wir haben Polluted Data. Hier wunderschön viermal. Also eins, zwei, drei, vier. Was wir dann halt haben, ist, wir haben zwei weitere Fetchs für schwarz und zwei weitere Fetchs für blau. Welche benutzt, ist eigentlich total irrelevant. Also es ist wirklich total egal. Dementsprechend acht Fetchs, Hauptsache blau und schwarz und vier davon sollten Polluted Deltas sein, weil wir spielen immer blau, schwarz. Dann haben wir zwei Basic Lands drin. Ich habe natürlich die hübschesten rausgesucht, die ich habe, wo genau draufsteht, was ein Basic Land ist und wie die Regeltexte von einem Basic Land sind. Dann vier Underground Seas. Auch dieses Deck, ähnlich wie das, was ich euch gezeigt habe, nicht so günstig. Habe ich gar nicht erwähnt. Das mache ich gleich noch. Wie wunderbar diese Community doch funktioniert. Dann ein Underground City Sewer. Auch hier ein Land, das gefetscht werden kann, das Cervel 1 hat. Coole Tricks, die man hier machen kann, ist zum Beispiel, man fetcht dieses Land, macht Cervel 1 und darauf spielt man ein Brainstorm, wenn man eine Karte von der Hand hat, die man im Friedhof haben möchte. Zum Beispiel bei Reanimator ganz spannend. Hier eher weniger, aber im Reanimator habe ich das vergessen zu erwähnen. Das ist ein sehr cooler Trick. Und was wir noch spielen, ist viermal Wasteland. Wasteland, großartige Karte, zerstört nicht Standardland. Sehr, sehr, sehr gut. Und ja, bevor ich jetzt weitermache, der Grund, weshalb ich dieses Deck zeige, ist, dass einige Leute unter dem UB Reanimator Deck, das ich euch vor zwei Wochen gezeigt habe, was aktuell das beste Deck ist, was es in Legacy so gibt, also das meistgespielte Deck, gesagt habe, ich könnte euch auch das drittmeistgespielte Deck, das ist das hier, zeigen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und da haben ganz viele Leute immer geschrieben, ja, wir haben Bock da drauf. Deswegen vielen, 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 vielen Dank dafür. Mega, ich liebe das, wenn das funktioniert. Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wollt ihr das sehen? Und keiner hat respondet und ich so, ich bin sehr traurig. Ich würde gerne dieses Video machen, aber keiner will es sich angucken. Ist ähnlich wie hat es so eine Mikro-Secret-Layers. Das Ding hat keine 150 Aufrufe mittlerweile, was super traurig ist, weil es ein super cooles Secret-Layers ist. Egal, egal. So, gehen wir dann mal zu den Kreaturen. Und bei den Kreaturen beginne ich mit tempomäßig dem Finisher. Murktide Region, natürlich seit Modern Horizons 2 eine der stärksten Kreaturen, die wir haben in Legacy. Sieben Mana, drei, drei mit Delft. Das heißt, man kann Karten aus dem Friedhof entfernen, um Mana-Kosten, farblose Mana-Kosten, um günstiger zu machen. Und ihr könnt mit ihm flinkt. Und immer, wenn ihr eine Instant-Ressource-View aus dem Friedhof exiled, beziehungsweise aus dem Friedhof auf die Hand nehmen zum Beispiel, gilt das auch. Kriegt der Plus 1 bis 1. Und das gilt auch für die Karten, die ihr exiled habt, um ihn zu casten. Dementsprechend da sehr, sehr, sehr schnell mal so ein 8er und ein guter Bieter. Dann ein Brazen Borrower, One-Off zum Bouncen. Manchmal muss man den Gegner schon Murktide Region bouncen oder irgendeine Atraxa oder sonst was. Und ja, dementsprechend gute Karte dafür. Einfach nur, um Sachen loszuwerden. Dann zwei Karten, die niemand mehr spielt eigentlich. Bowmaster. So, Bowmaster ist ein 2-Mana-1-1 mit Flash, der, als er rauskam in Herr der Ringe, dafür gesorgt hat, dass alle Leute aufgeschrien haben, oh, der muss gebannt werden, der ist so broken, oh mein Gott, der muss weg. Jetzt haben wir ihn immer noch. Und er ist vollkommen fair. Kaum einer spielt ihn noch. Leute müssen aufhören, so rumzuheulen, dass Karten gebannt werden sollen. Ja, Bowmaster. Gute Karte macht, wenn er reinkommt oder jemand mehr als eine Karte pro Runde zieht, die die Karte in seinem ersten Drawstep ist, fügt er einen Schaden zu, die macht Amas Ork 1. Sehr, sehr mächtige Karte, so ein Brainstorm macht dann halt ein 4-4er und 4-Damage und den 1-1-Seiter daneben liegt. Das ist schon mächtig, gerade im Legacy, wo jedes zweite Deck Brainstorm spielt. Sehr, sehr, sehr gute Karte, kann man als Tour sehr gut gebrauchen. Die nächste Karte, über die jeder aktuell rumheult und mir, 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 die muss gebannt werden, Psychic Frog. Ich wurde unter dem letzten Video auch schon mal gefragt, hey, wie hoch siehst du die Chance, dass Psychic Frog gebannt wird? Ich sehe diese Chance als sehr hoch an. Was die Bewandtnis hat, dass sehr, sehr viele Leute aktuell darüber rumheulen, wie schlimm diese Karte ist. Persönlich finde ich die Karten nicht schlimm. Die Leute haben jetzt schon adaptiert. Es gibt sehr viel mehr Swords to Plowshares wieder, was halt vor ein paar Monaten gar nicht mehr im Format war, sondern nur noch irgendwie Bowls. Es gibt sehr viele Fatal Pushs und sehr viele Red Blasts, die aktuell einfach wieder Meta sind und einfach da wieder Sachen sehen. Ich habe jetzt schon Karten gesehen, die spielt man hier auch manchmal im Star-Pod, kamen wir eigentlich vom Blacktalk zu. Für ein schwarzes Zerstörner eine schwarze Kreatur oder Exil eine schwarze Kreatur. Geil, geil. Wird gespielt, weil Psychic Frog. Und das finde ich cool, wenn eine Karte dafür sorgt, dass solche weirden Karten gespielt werden, finde ich das großartig. Und ja, im Reanimator ist der zu strong. Gebe ich einfach Credits für, im Reanimator ist der die absolute Bonkers-Karte. Aber er ist noch im Rahmen und man kann mit ihm arbeiten, meiner Meinung nach. Aber da habe ich ja bei anderen Karten, wie zum Beispiel den White Plum Adventurer, auch schon mal falsch gelegen. Gut, dann vier Nether-Golfs. Nether-Golfs, aktuell so die ein schwarzes Mana, geile Kreatur. Macht halt meistens so ein 4-5 Beter oder so und macht halt Early Pressure und Early Power. Und man kann ihn aus dem Friedhof wiederholen, wenn man ihn escaped. Da wir sonst nicht viel mit dem Friedhof spielen, ist das unsere einzige Option, mit dem Friedhof wirklich was zu machen. Außerdem Merktite-Regent. Und ja, dementsprechend, die kommen sich selten in den Weg. Eine Sorcery oder einen Instant drin zu lassen, kann man ganz oft. Spannend ist es aber auch, man kann mit Escape tatsächlich auch den Merktite irgendwie um plus 2, plus 2 pushen oder so. Das habe ich auch schon gemacht. Also es ist teilweise ganz spannend. Und dementsprechend Nether-Golf, einfach eine sehr gute Karte. Und dann die letzte MH3-Karte noch dreimal. Tamio, Inquisitive Student. Das ist eine 1-Manner-0-3er, die werden sie angreifen, machen wir ein Investigation. Das heißt, wir kriegen einen Clou, den wir von 2-Manner-Opfern können, eine Karte zu ziehen. Und wenn man die dritte Karte im Zug spielt, kann man sie flippen. Auf der anderen Seite, sehr, sehr mächtig und sehr, sehr cool, haben wir einen grün-blauen Planeswalker. Der hat plus 2 Marken, also er kommt mit 2 Reihen, plus 2 Marken. Jede Kreatur, die uns angreift oder Planeswalker, die wir kontrollieren, kriegt minus 1, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Bis zum nächsten Zug. Bombe. Wirklich eine krasse Karte, die dadurch extrem viel Tempo und sehr viel Damage rausnehmen kann. Minus 3, wir nehmen Instant of Sorcery aus dem Friedhof zurück. Und, das habe ich jetzt neulich erst gelernt, wenn man eine grüne Karte damit auf die Hand nimmt, kriegt man eine Mana beliebiger Farbe. Es gibt aktuell wieder einen Bug Beanstalks. Wenn ihr wollt, wenn ihr Bock da drauf habt, ich mache das hier schon wieder, schreibt es mir unten in die Kommentare. Da mache ich als nächstes Bug Beanstalks, das ich sowieso tun werde. Aber ich freue mich drauf, wenn ihr das schreibt. Kann man zum Beispiel, wenn man Abrupt Decay wiederholt, was eine grün-schwarze Karte ist, einen Mana bekommen. Das ist mega. Also krasse Karte tatsächlich. Und dieses Mana, das hat mich am ersten Mal gesehen als so. Da steht noch mehr drauf. Das ist ja crazy. Und bei Minus 7 ziehen wir die Hälfte unseres Decks und kriegen ein Emblem. Wir haben keine Handzeiten mehr. Auch das habe ich schon gemacht. Sehr, 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 sehr cool. Das ist eine sehr gute Karte. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und das sind die Kreaturen, die wir haben. Jetzt haben wir Länder, Kreaturen. Jetzt bringen wir noch alle Nicht-Kreaturen. Und da beginne ich mit Artefakten. Denn wir spielen hier drin drei Artefakte. Also ich spiele drei Artefakte. Das eine ist ein One-Off-Mistrust-Bubble. Tappen, Opfern, gegnerischen Karte vom oberen Deck anschauen, eine Karte ziehen. Ich bin auch im Überlegen, ob das hier nicht tatsächlich besser wäre, eine Ursa-Bubble zu spielen, die halt eine Handkarte auf dem Gegner anschaut, eine Random-Handkarte. Weil mich das eher interessiert, was die Gegner auf der Hand haben, ob ich meinen Plan durchbekomme, als das, was sie als nächstes ziehen, habe ich manchmal das Gefühl. Anders als zum Beispiel beim Delver-Deck, wo ich mit Days und Force sehr viel selber die Sachen beschütze, ist es ja hier so, dass ich versuche, den Gegner kaputt zu machen, indem meine Karten einfach die besseren Karten am Wort sind. Ja, ich glaube, da bin ich noch nicht sicher. Das ist richtig. Dann spiele ich zwei Niel-Leal-Spell-Bomb im Mainboard. Aktuell, wie gesagt, die ist ja deutsch. Die ist nicht deutsch. Niel-Leal-Spell-Bombe. Artefakt, wir können sie Tappen opfern, um alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl zu exilen. Damit wären wir meistens die Gegner. Und wenn die vom Feld in den Friedhof geht, können wir mit den Schwarzen eine Karte ziehen. Sehr, sehr starke Karte, redrawed. Und macht tatsächlich die Mirrors und auch die Sachen gegen Re-Animator deutlich einfacher. Dementsprechend drei Stück insgesamt, also drei Artefakte insgesamt. Und damit kriegen wir dann auch das Delirium leichter zusammen für den Golf. Wir kriegen leider keine Verzauberung hier rein. Spoiler. Das müsste ich auch noch irgendwie schaffen. Das wäre cool. Dann haben wir ein One-Off-Thoughtsies. Warum ein One-Off-Thoughtsies? Weil ich den Platz hatte. Ich habe drei One-Offs hier drin, um herauszufinden, was die beste Karte ist. Bisher haben sich alle drei bewährt. Und ich hänge die ganze Zeit an, denke ich mir. Alle drei sind so gut, dass ich die jeweils einmal drin lasse. Wenn ihr eine davon doof findet, tauscht sie gegen eine der anderen aus. Ist halt so. Thoughtsies One-Off-Begegnet zeigt den Spieler, als er in der Wahl zeigt die Hand vor. Wir dürfen eine Nichtland-Karte davon runterwerfen. Und der Spieler findet zwei Leben. Sehr, sehr gut. Die andere One-Off-Karte ist Shoot the Sheriff. Zwei Mana Instant, wir zerstören ein Non-Outlaw-Creature. Outlaws sind übrigens Assassin, Mercenary, Pirates, Rogues und Warlocks. So viele werden davon nicht gespielt. Rogues werden ein paar gespielt. Also der Brazen Borough ist ein Rogue, zum Beispiel. Raghavan ist gebannt, aber das ist theoretisch auch ein Pirate. Ja, und dann hört es langsam auf. Es gibt so ein paar. Also der Deutige Wardwalker kann damit auch nicht zerstört werden. Es gibt auch die Möglichkeit dafür ein Go-For-The-Throw zu spielen, wo man Non-Artifakt spielt. Oder ein Doom-Blade, wo man eine nicht-schwarze Kreature holt. Das ist aktuell ganz schlecht. Mach das nicht. Es ist eigentlich nur Go-For-The-Throw oder Shoot the Sheriff aktuell. Und ja, es ist einfach zwei Mana Hard Removal. Ist eine gute Karte und kann man einfach mal austesten. Und vor allem ist es mal eine Thunder Junction Karte, die Play sieht. Das letzte One-Off ist ein Stifle. Ein Mana wird counter, eine Activated oder Triggered Ability. Gut gegen Storm, gut gegen Fetches, gut gegen Planeswalker Abilities, gut gegen alles mögliche. Tamio, Flip-Trigger und so ein Kram. Geht auch damit tatsächlich, dass man Stifeln kann. Ich habe auch schon Pack-Trigger vom Gegner damit gestifelt. Die hier diesen, ich spiele einen Packt und dann tauschen wir ein Permanentes gegen einen Spell. Und ja, die wollten mich dann damit packen. Das haben sie nicht geschafft. So was habe ich auch schon damit gestifelt. Ganz cool. Also One-Off-Stifle hat sich schon tatsächlich auch bewährt. Dann kommen wir zu den Karten, die wir mehrfach drin haben. Einmal Fatal Push, beziehungsweise viermal Fatal Push, habe ich schon gesagt, wird sehr viel mehr gespielt. Ist ein sehr wichtiger Removal, gerade gegen Frogs. Und ich bin gespannt, wann sich das halt wieder dreht. Und genau deshalb dicke Kreaturen wieder gespielt werden. Weil Fatal Push tut halt nur was gegen Frog, gegen kleine Eldrasis oder ähnliches oder gegen Delva und so ein Kram. Wohingegen Swords the Blowshares ja eine ganze andere Menge an Sachen macht. Dementsprechend, ja, muss man, muss man, glaube ich, einfach mal schauen, wie das so läuft. Gute Karte, by the way. Wirklich, wirklich, wirklich eine gute Karte. Dann haben wir noch viermal Ponder. Das habe ich jetzt mal ausgetauscht gegen ein neues, meiner Meinung nach hübscheres Ponder. Aus dem Duskmon Commander Deck, aus dem Esper Commander Deck. Was mittlerweile zum Mond gerissen ist und sich als das beste Deck rausgestellt hat. Wobei alle am Anfang gesagt haben, das Raktos Deck ist das beste. Und ich die ganze Zeit, nein, ihr habt keine Ahnung. Das Esper Deck ist das beste. Hab mir vier Stück davon besorgt. Und jetzt sind sie teuer geworden. Und ja, da sind diese wunderschönen Ponder drin. Ich finde sie wunderschön. Ponder, man guckt drei Karten an, darf sie in Bliebereinfolge zurücklegen. Danach darf man mischen, wenn man möchte. Und danach zieht man eine Karte. Gute Karte. Das Pondor dazu spielen, haha, Pondor, spielen wir natürlich auch Brainstorm. Vier Stück. Wir ziehen drei Karten, legen zwei Karten zur Hand obendrauf. Auch hier super wichtig, um Karten zu wegzuschaffeln, die wir gerade nicht brauchen. Zum Beispiel im Late Game gibt es eine Karte wie zum Beispiel Days. Haha, diese Übergänge. Days spielen wir nur drei Stück von, weil ich Platz für One-Offs brauchte. Und ich drei Days, drei Days, drei Days tatsächlich als gut empfunden habe. Und ja, zwei Mana. Wir können eine Innensitzung auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und wir counter ein Spell. Außer der Beherrscherzeit, ein Mana mehr. Dadurch, dass wir Legacy spielen und alle sehr nah an der Kurve spielen, ist es halt so, dass das halt oftmals ein Hard-Counter ist. Apropos Hard-Counter. Forsafill. Fünf Mana. Wir countern ein Spell. Und wir können auch eine blaue Karte aus der Hand removen und ein Leben bezahlen, um den Spell ohne Minecraft zu bezahlen. Standard im Legacy wird fast überall gespielt. Ja. Standard blaue Shell ist das hier mittlerweile. Das ist wirklich crazy Standard. Und ja, das ist das Mainboard. Wir gucken uns jetzt mal das Sideboard an. Auch im Sideboard haben wir eine Menge One-Offs, eine Menge wilden Kram. Ich spiele aktuell wieder mal zwei Fluster Storm, weil aktuell Storm wieder langsam beginnt, besser zu werden. Ich habe gerade eben gesagt, viele Decks fangen gerade an, Removal zu spielen, Swords to Plowshares, Path to Exile, Fatal Push, Red Elemental Blast. Und Storm juckt das alles nicht. Und dementsprechend wird Storm gerade zu einem besseren Deck, weil die ganzen Leute ihre ganzen Karten gegen Storm, gegen Removal tauschen. Und dementsprechend, ja, kaum Fluster Storm. Wichtige Karte gegen Storm für ein blaues. Counter with Incident of Sorceries ist seine bester Zeit ein Mann am Meer mit Storm. Ich finde es so weird, dass die Modern legal ist und niemand sie im Modern spielt. Oder ich sehe es einfach nicht. Ihr könnt mich ja korrigieren, die Leute, die Modern hier spielen und gucken. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Aber ich sehe sie im Modern fast nie. Es ist so wild. Es ist wirklich so wild. Ja. Flusterstorm. Zweimal. Ein One-Off-Barrel-Golf. Barrel-Golf, der nächstbeste Golf nach dem Nether-Golf. Und natürlich sind beide Shit im Vergleich zum Pyro-Golf. Es sind drei Mana, x, x plus 1er mit dem Tamo-Golf-Effekt. Und er hat halt Deftouch-Lifelink, was halt sehr, sehr stark ist. Der Lifelink darin ist sehr, sehr wichtig. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir ihn spielen. Und wenn er Schaden zufügt, millen wir so viele Karten. Und wenn wir das tun, können wir eine Kreatur davon auf die Hand nehmen. Sehr, sehr, sehr gute Karte. Barrel-Golf, also One-Off, falls wir mehr Kreaturen brauchen. Als wir gegen Lands oder andere Sachen spielen, haben wir ein Harbouring of the Seas. Der sagt, non-basic Lands are Islands. Sehr, sehr wichtig. Weil mit Islands können die nicht viel anfangen. Ähnlich wie uns ein Blood Moon sehr hart trifft. Also wir haben zwei Basics drin. Und wenn der Gegner Turn 1 Blood Moon macht, verlieren wir halt einfach. Können wir auch gegen andere Decks Turn 3 das hier legen. Und die können dadurch sehr hart in Probleme kommen. Es ist keine schlechte Karte. Wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es gut, dass Blau das hat. Dann Tour of Consigned to Memory. Consigned to Memory countert Triggered Ability oder Colorless Spells. Man kann auch replicaten. Und Triggered Abilities sind halt sehr, sehr gut. Weil es halt Enter-the-Battlefield-Effekte oder ähnliche Sachen sind, die man damit vom Gegner negieren kann. Gleichzeitig Colorless Spells sind halt, naja, bei den ganzen Khan-Fortures, die bei uns rumlaufen oder bei den Eldrasis, die zum Beispiel bei den Asiaten rumlaufen, ist es einfach eine wichtige Karte. Sie kostet nicht umsonst. Aktuell, glaube ich, 8 oder 9 Euro. Viel zu teuer. Dann mehr Counter braucht das Land. Das Sideboard hat wirklich eine Menge Counter Spells. Zwei Force of Negation. Force of Negation auch hier gegen Combo, gegen Reanimator, gegen alles Mögliche, was irgendwie versucht zu kombonieren. Weil das Deck in einem fairen Match-Up durch die starken Removal, die Counter, die drin sind und gleichzeitig die sehr resilienten und starken Kreaturen meistens jedes Deck beschlagen kann mit den Kreaturen aktuell. Es spielt die besten Kreaturen und das kann eigentlich den Gegner nur umbolzen. Es sei denn, der Gegner macht halt irgendwie einen Combo-Kram oder einen Deep-Control-Shit und gegen beides ist Force of Negation einfach eine gute Karte. Genauso gegen Counterbalance, meistens fürs Mirror oder fürs Delver-Match-Up gedacht. Wir haben sehr viel Ein-Manner-Spells und ein bisschen Zweimanner-Spells drin. Drei-Manner haben wir, glaube ich, einen und dann fünf-Manner-Spell noch. Es geht nur um die Ein- und Zweimanner-Spell, um ihn nicht zu verlangsamen. Gegen Tempo-Decks sehr, sehr, sehr gut. Man droppt das Ding in Turn 2 und man hat dann random im Verlauf des Spiels vier, fünf Counterspells oder so, die man halt nicht kontrollieren kann, außerdem hat Brainsom oder Ponder. Aber die halt das Tempo einem wieder reinholen können. Deswegen One-Off-Counterbalance. Sehr gut. Dann haben wir da zumindest alle Counterspells raus, glaube ich. Ach nee, warte, haben wir noch nicht. Hydroblast! Aktuell wird sehr viel Red Elemental Blast gespielt und gleichzeitig auch Blood Moon und irgendwelche Painter-Effekte. Dementsprechend Hydroblast. Gute Karte, kann man mit reinnehmen. Counter rote Spells oder zerstört rote Spells. Habe ich hier gar nicht erwähnt, wa? Also Counterbalance, Counter-Spell, wenn der Gegner was castet und wir die oberste Karte unseres Decks aufdecken und es dieselben Mana-Kosten hat. Und Force of Negation ist praktisch ein Force of Will nur für Insane oder Sorceries und nur im Gegnerzug und die werden exiled. So, ich muss die Karten ja auch vorlesen, wenn sie da sind. Dann haben wir noch ein weiteres Shoot the Sheriff als weiteren Removal. Hier können wir auch The Go-Through Throat nehmen, falls ihr dann ein Pirate-Deck spielt. Oh, stimmt. Wir haben noch den Buccaneer. Den Broadside Bombadier. So ist es richtig. Oh, stimmt. Wir haben noch den Broadside Bombadier. Er ist auch ein Pirate. Kann man damit auch nicht vermufen. Dementsprechend können wir mal überlegen, ob man Go-Through Throat ein Mainboard nimmt und das ein Sideboard oder so. Muss man selber wissen. Dann, ein Surgical Extraction als eine der Grave-Jetate-Karten. Dadurch, dass wir so viele Karten als Counter-Spells gegen Karten haben, die reanimaten und ähnliches, sind wir nicht so gut gegen sowas wie Dredge und so weiter aufgestellt. Aber das spielt man aktuell eher nicht so viel. Dementsprechend, ja. Surgical Extraction, gute Karte. Er exilt eine Karte aus dem Friedhof, die kein Standardland ist und alle Karten mit demselben Namen aus dem Deck, Hand und Friedhof des Gegners beziehungsweise des selben Spielers. Und ja, das ist eine sehr gute Karte als One-Off. Dazu auch eine ganz neue Karte. Ghost Vacuum. Ghost Vacuum, ein Mana-Artefakt. Tappen wir exilen eine Karte aus dem Friedhof. Sie kostet nur ein Mana. Hier hat man früher das Anleisend Hörsdring gespielt, was halt dann irgendwann größer geworden ist und zwei Karten exilt hat. Aber das Ding kostet nur ein Mana. Man hat es viel schneller statt Turn 2. Turn 2 ist meistens zu spät, besonders wenn jemand anfängt. Und dementsprechend ist Ghost Vacuum einfach die bessere Karte. Lustigerweise, es gibt auch andere Effekte damit, wie zum Beispiel das DNA-Eck und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat sich nur Ghost Vacuum durchgesetzt. Und für sechs Mana können wir das Ding tappen, opfern, um alle Karten, die mit ihr exilt wurden, alle Kreaturen als 1-1 fliegende Geister ins Spiel zu bekommen. Habe ich noch nie gesehen, dass das passiert. Ist halt ein Ein-Manner-Ding dafür. Finde ich spannend, wie gesagt. Finde ich sehr spannend, dass das so funktioniert. Und dann haben wir noch als guter Letzt eine Null-Rod. Wir haben selber kaum Artefakte drin. Und wenn doch, kann man die vorher zünden, bevor man Null-Rod spielt. Es gibt aber bei uns sehr, sehr viele Leute, die mit Artefakt-Decks noch rumlaufen. Und dementsprechend, ja, als One-Off, wir haben nicht so viel gegen Artefakte, kann man das gut vertreten. Das ist das Sideboard. Also aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht mehr aktiviert werden. So, das ist das Sideboard. Gehen wir mal in den Deck-Talk und reden mal drüber, warum dieses Deck so cool ist. Also, warum ist dieses Deck UB-Tempo gerade so gut? Gerade im Vergleich zu Delva, was ja davor Jahre und Jahrzehnte lang einfach das beste Tempo-Deck war, das es gab in irgendeiner Form. Das hier ist praktisch ein UB-Delva. Also, man kann die Tamios, das habe ich auch schon gemacht, auch gegen einen Delva austauschen, wenn man keine Tamio hat. Den Nether-Golf geht auch, aber den Nether-Golf ist schon sehr wichtig. So, was wir hier einfach haben, ist, wir haben super effiziente Kreaturen, die sehr, sehr wenig Mana kosten und sehr schnell 3 bis 5 Damage jede Runde schießen können. Gleichzeitig haben wir sehr, sehr viele Counter-Spell, Removal-Spelle, um Karten aus dem Gegner aus dem Weg zu schießen und den Gegner Tempo zu nehmen, wie zum Beispiel mit Stifle. Das heißt, aktuell ist das hier praktisch für jeden Delva-Spieler ein Delva-Deck. Das ist das Deck. Der spannende Part dabei ist, dass deine Kreaturen oder eure Kreaturen in dem Fall, anders wie beim Delva-Deck, eben nicht über Damage raushauen, sondern über Value. Alle eure Karten sind mit Card-Value gespickt und das ist das, was viele Delva-Spieler aktuell auch abhält, dieses Deck anzupacken. Normalerweise ist es so, man merkt den Tempo über mehr Damage. Das bedeutet, man spielt am Anfang sehr viele kleine Kreaturen, Delva-Secrets oder den Dragon-Rage-Channeler, wie ich euch das im Deck-Tag vor einem Monat schon erklärt habe zum Delva-Deck. Man sieht aber, dass das Tempo rauskommt, indem man dem Gegner Damage haut. Und das ist hier anders. Der Value, den man hiermit generiert, das Tempo ist kein Damage-Tempo, sondern ist ein Value-Tempo. Der Gegner muss mehr Karten investieren, wo wir gegen wir sehr wenig Karten investieren müssen, um auf dem gleichen Niveau mitspielen zu können. Und das ist ein spannendes, spannendes Thema und ein spannender Aspekt hierbei, denn das ist anders als bei den meisten anderen Kriegs des Delva-Decks oder anderen Delva-Decks, die eben das mit Damage, Bowls und Ähnlichem tun. Oder Dragon-Rage-Channeler, die schneller viel Damage angreifen. Man will versuchen, Turn 3 den Dragon-Rage-Channeler anzubekommen, Turn 2 den Delva zu flippen und Damage zu schieben. Hier ist es so, man will halt schnell die Tamio draußen haben, schnell den Psycho-Frog, um Value zu generieren, Card-Draw zu generieren, mehr Karten zu haben wie der Gegner, dann später einen dicken Nether-Golf oder einen dicken Merc-Tide-Region zu legen und den Gegner damit platt zu hauen. Ohne, dass man selber die Ressourcen dabei verliert. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es ein ganz anderer Spielstil ist und gleichzeitig trotzdem beides Tempo ist. Tempo ist ein super spannendes Thema. Ich würde dazu gerne mal ein Blackie erklärt machen, was Tempo überhaupt bedeutet in Magic. und wie gesagt, ganz, ganz spannend und sehr, sehr cool, weil es ein anderes Tempo-Deck ist. Aber dementsprechend auch eher von Leuten, die vorher Kontrolle gespielt haben, aufzupicken, meiner Meinung nach, wie Leute, die vorher Delva gespielt haben. Weil auch wenn das ein Tempo-Deck ist, es ist kein Tempo-Deck für der Grixis-Delva-Tempospieler oder Rug-Delva-Tempospieler oder UR-Tempospieler. Es ist eher was für Leute, die Grixis-Control spielen und eigentlich ein cooles Deck spielen wollen, was dann Tempo-Stylish ist, weil sie nicht Grixis-Control spielen wollen, weil es aktuell nicht so gut ist. Und ja, das ist das Deck. Das Deck ist großartig, das Deck macht mega viel Spaß, das Deck ist sau teuer. Wirklich sau teuer. Also 4 Ussis, Psychic Frogs, Nethergolfs, Tamios, Force of Wills, Wastelands. Alles bockteure Karten. Und es ist sehr schade, dass das Deck so teuer ist, dafür, dass es eines der besten und meistgespielten Decks ist. Ist sehr schade, tatsächlich. Ist wirklich, wirklich schade. Aber wenn ihr die Chance habt, ist es auch mal zu proxen. Wie gesagt, bei uns auf dem Radio Raffnicka-Discord. Gerade läuft eine Liga, aber wir haben hin und wieder mal tatsächlich längst hier liegen, wo man auch geproxte Karten spielen kann. Kann ich euch nur empfehlen. Das macht mega Spaß. Das Turnier geht dann über mehrere Wochen hinweg. Man spielt jede Woche eine Runde per Webcam. Es macht mega, mega Spaß. Oder schaut, ob ihr in eurem Umkreis Leute habt, die bereit sind, mit euch zum Beispiel auch mal mit Proxys zu spielen oder zu testen. Testen geht ja immer. Man muss das Deck ja nicht auf dem Hardcore-Turnier direkt mitnehmen, sondern einfach mal dagegen testen und vielleicht will eure Freund oder Freundin da auch einfach mal gegen spielen, um herauszufinden, was nun mal eines der besten Decks überhaupt ist. Empfehle ich immer bei so teuren Decks, empfehle ich immer bei Legacy. Gut, ansonsten habe ich noch nicht viel zu tun, zu sagen, außer, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben dalassen, abonnieren, liken, wenn es euch gefallen hat. Ich mache noch viele, viele coole andere Sachen. Ein Vlog ist jetzt rausgekommen, wo ich bei Gate to the Games war. Gestern gab ein sehr, sehr cooles Gameplay raus, meiner Meinung nach. Und diese Woche schauen wir uns dann im Laufe der Woche noch einen, ich glaube, einen Dungeons & Dragons Secret Player an. Der Blacky Talk für diesen Monat kommt tatsächlich noch. Der kommt am Freitag. Und ja, dann kommt schon wieder Gameplay und dann kommt schon wieder ein Ding. Also, volles Haus, wenn ihr Bock habt, abonnieren, liken und weiterschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseat. Ciao, ciao.